happy birthday to you herzlichen glückwunsch an alle leute geburtstag haben und herzlich willkommen bei red of gamble heute ist dienstag heute spiele ich days after und ich weiß noch nicht genau was ich spiele wie immer deswegen viel spaß so ich werde heute eigenen zum spiel ich probiere den opa zu erwischen ich hoffe er ist da ansonsten gibt es nur vielleicht eigenes und viel spaß da sind wir los geht es weglocken das war viel im verloren krank das passt ja ganz genau bleibt doch stehen es ist es 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 Ok, habe ich wieder bei 100. Schauen wir mal in der Kiste nach, ob da was zum Essen ist. Da war eine Brust, meine ist noch grün. Was ist das? Oh mein Gott. Der Feuer-Zombie. Da ist noch eine Kiste. Oh, ein Versteck. GZ. kein platz mehr da muss ich mal kurz ein paar sachen hier in der kiste schmeißen das brauche ich nicht jetzt den dicken wieder looten ein schwein ist hier ich habe auch ein bisschen viel waffen mit kümmern noch einer von denen das gibt es doch nicht erstmal den looten das packe ich jetzt weg das müssen die sachen sein die nicht so häufig kommen die 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 Das war's für heute. Ich sitze mir das so eng auf dem Haufen. Ich sitze mir das so eng auf dem Haufen. Es geht nicht so viel Scham bekommen, Gott sei Dank, aber die Hose fast kaputt, Handschuhe und die Hose fast kaputt und die Hose fast kaputt und die Hose fast kaputt. Schauen, was da schönes drin ist. Ich könnte mal wieder einen Drink mir genehmigen. Oh, ja. Der Bär? Schaff er den Bären? Eigentlich schon, ja. Mein Rucksack ist kaputt. Ich brauche eine Hose und Handschuhe. Schauen wir mal, ob der Opa da ist. Oh, 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 oh. Na gut, ich hole meine neue Ausrüstung, bin gleich wieder da. Weiter geht es. So, hier linkser Feuersombie. Da warte ich noch ein bisschen mit. Wer soll ich denn jetzt schon? Hier ist schon immer noch ein bisschen mit deinem Griff. Oh, das ist ein bisschen mit deinem Griff. Auch das ist ein paar Räumen. Oh, oh, da. Du bist schon mit deinem Griff, deinem Griff. Ja, ich entdeckte doch noch mal die Bären. Das ist ganz schön. Ich finde das immer noch ein wenig. Bären ich, das ist das einfach mal wieder. nichts missmessen bei mir in der basis auch nicht mehr alles weggefuttert das wird übel ok ich hoffe dass da was zu messen drin ist da ist noch ein böser da ja 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 Ach, den krieg ich auch kaputt. Hat doch mal so einer. Oh, ein Feuerzombie. Und ist der Opa da oder nicht? Nicht da. So ein Mist. Ich brauche aber Essen. Deswegen werde ich mir hier die Kielbisse schon mal einsammeln. Ich glaube viele Gegner dürften hier nicht mehr sein. Im BR müsste hier unten irgendwo sein. Oh ja, okay. Oh. 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 Elektronische. Oh. 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 Oh, schön. Oh. Kann ich auch gebraucht, aber nicht jetzt. Hier oben rechts müsste gleich ein Bär sein. Da ist er. Den kriege ich mit meiner Energie nicht kaputt. Da müsste hier unten noch so ein Feuerzombie sein und ich glaube noch ein Schwein und noch was anderes. Ach, da ist er. Gut getarnt. Gar nicht gesehen. Bei einem Feuerzombie darf ich Probleme haben, weil ich keine Energie mehr habe. Gut. Da müsste eigentlich alles weg sein. Bis auf Mr. Feuerzombie. Bis zum nächsten Mal. Bist du noch was zum Essen? Die brauche ich vielleicht später, aber ich esse das Fleisch einfach roh. Das bringt mir nichts. Ah, keine Kübelse mehr da. Gut, dann mache ich einmal kurze Basis, probiere mich irgendwie zu regeln, dann geht es weiter. Bis gleich. So, ich bin wieder zurückgerannt. Ich habe mir ganz viele Kürbisse mitgenommen. Ich bin die jetzt hier am Futtern. Und werde jetzt einmal den Bären besiegen. Und dann den Feuerzombie. Und ich hoffe, das war es dann alles. So, Mr. Bär, wo bist du da? Jawohl, der Bär ist down. Jetzt noch einmal schnell futtern. Und dann... Ich einmal hochracken. Bevor ich da gegen meinen Freundchen kämpfe. ... 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 Ich denke, das waren jetzt alle. Ich pflück einmal kurz, was ich so noch hier sammeln kann. Bis die Tasche voll ist. Vielleicht sehe ich ja noch einen Gegner, aber ich glaube, ich habe keinen mehr. Sieht schon mal gut aus. Hier vorne war alles weg. Okay. okay kein gegner mehr da dann war es das mit dem video ich sage dankeschön fürs zuschauen ich würde mich freuen wenn auch nichts mehr dabei sein bis heute viel spaß und auf wiedersehen